So, herzlich willkommen hier zu Nanosuit 2.0, nein, Schade, zu Crysis Warhead. Ich bin euer Floschi und es geht hier weiter mit dem nächsten Part. Ähm, ja, die ballern wieder drauf los, wie die irren, obwohl ich nicht mal sehe, worauf überhaupt. Ja, hier sehen wir Koreaner. Die zerplatzen. Zack, bam. Ach, da ist noch einer. Bam. Bam. Na, was ist denn? Mensch, Jungs, muss ich denn immer alles für euch machen? Ihr müsst doch was für sich selber machen. Kann ja nicht sein, dass ich das immer machen muss. Bam. Zack. Bam. Zack. Bam. Zack. Bam. Oh, daneben. Zack. Bam. So macht man das, Jungs. Und nicht anders. Ich glaube, ihr müsst das lernen noch, ne? Also zu schießen noch. So, da vorne ist ein Panzer, den werde ich mir schnappen. Wenn ich denn damit fahren darf, kann heißt das. Na, kannst du einsteigen? Na, kannst du einsteigen? Ich dachte, ich dachte jetzt schön, ich kann damit fahren. Aber war wohl nichts. Aber war wohl nichts. Ah, schade. Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können, dass jemand fahren darf. Nun ja, Mensch. So, ich merke hier gerade, ich bin alleine mit dem Typen. Ähm, und da kommt gleich so ein riesen Viech an. Vielleicht sollte man sich das mal anschauen. Das ist ein bisschen mehr Kontakt. Das gibt es doch nicht. Ah! Ah! Den werde ich mir natürlich von hierin angucken. Ich werde auch stehen bleiben. Der Bastard steht zwischen uns und dem Tunnel-Eingang. Nehmen wir ihn auseinander, Jungs. Ja, Jungs, ähm, wir sind hier alleine, ähm, was geht? Zack, bäm! Ich muss das alles so 0815 machen. Auf der Suche nach einer Raketenwerfer zwischendurch auch. Oh, fuck! Schade. Hätte ja klappen können. Oh, fuck! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ich brauche einen Raketenwerfer von irgendwo. Einen Raketenwerfer! Nein! Scheiße! Komm schon! Ah, ich bin draufgegangen. Okay, hab ich noch einen, okay. So, ich hab da 18 Schuss. Ich hoffe, ich hab auch die richtigen. So, jetzt macht der Maul auf. Nein! Glück gehabt. Nein, komm schon! Tau auf! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Komm schon, komm schon! Oh, das gibt's doch nicht! Ja, der Typ ist ein bisschen schwer, ich muss mal gucken, wie ich den am besten geregelt bekomme. Wir haben was auf dem Radar gefunden, vielleicht sollte man sich das mal anschauen! Das gibt's doch nicht! Wo ist der Granat? Ach da vorne ist er! Ja, komm schon! Ja! 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 Ja, der Typ ist klar! Jo! Ähm, nur wenn da eine Person ist, oder? What? Ähm... Da fragt man sich, wo sind die anderen? Aber die reden alle miteinander, ja ne, ist klar! Ja! 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 Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bam, bam, bam! Ah, ein Raketenwerfer wär jetzt nicht schlecht. Ah! Ich Vollidiot, was schieß ich denn? Ja, das war meine eigene Dummheit jetzt in dem Sinne. Ähm, ich hätte mal nicht schießen sollen, wie ich oben halt bei ihnen draufhing. Aber jetzt hängen wir einen Part an diesem scheißen Mistkehl fest. Ist doch nichts besonderes, nein! Ich häng, ich häng gerne an ihnen herum, also um Gottes Willen. Also meine Herren, der Bastard spielt zwischen uns und dem Tunnelreingang. Nehmen wir ihn auseinander, Jungs! Das sagst du jetzt zum, keine Ahnung, gefehlten Mal. Ähm, wir wissen's langsam. Und... Ja, man muss echt mal gucken... ...dass wir den geknackt kriegen. Jo, tschüss! Okay, das war jetzt ein bisschen blöd. Zwei Schuss für nichts verballert. Ähm... Wo ist der Raketenwerfer? Ey, das gibt's doch jetzt nicht! Wo ist der Raketenwerfer? Ich glaub da vorne ist noch einer. Jetzt. Vorwärts! ruck! Komm schon, komm schon, komm schon, steh auf, steh auf, steh auf! Komm 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 komm! Glück gehabt. Nein, nein, mein Freund. Das lassen wir erst gar nicht zu. Na komm, mach noch einmal, komm. Ich hab noch einen Schuss. Na komm. Ich dachte, ich geh jetzt drauf. Na. Na, geschafft. Du Mistcab. Ja, das war's wirklich. Wir haben's geschafft. Noch in diesem Part hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht. Howdy ho und tschüss.